ein wunderschön zu ja vanilladoom oder vielmehr vanillalike ist ja nicht ganz vanilladoom ist ja gz doom aber wir spielen das wie vanilladoom was hat gesagt also es ist gz doom aber wir spielen das wie vanilladoom so egal was ich gerade gesagt habe jetzt habe ich gerade richtig gesagt okay genau das heißt wir spielen ja die letzte folge war katastrophe aber ich habe es euch vorgewandt die map ist tatsächlich die einzige map die ich an komplett nicht nur nicht mag sondern tatsächlich richtig hasse warum hat man glaube gesehen ja es war wie gesagt jetzt kommt wieder folgen die ich zwar also die die map hier mag ich sogar richtig gut gerade mit brutal boom macht die map hier richtig spaß aber ja wie gesagt noch und Was ist das? Raum Nummer 1 abgeschlossen. Oh, das mache ich jetzt nicht mehrfach. Alter! Fuck! Wow, 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 wow! Geht doch. So, hier unten ist ein Impf wahrscheinlich. Dann ist auch noch ein Impf. So, ja, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Was? Oh Gott, ist ja auch noch einer. Ach, leck mich doch nicht einfach hier hin. Dankeschön, tschüss. Ich wollte hier gar nicht hin. Der Raum macht noch mal was? Oh, ja, mach hier ne. Weil er hier noch diesen Los Hoses erwischt hat, geht er jetzt langsam mal runter. Wo komme ich jetzt hier hin? Ach, auf der anderen Seite. Da. Okay. Nice. Hä? Hä? Ei, Quatsch, da komme ich gerade. Da muss ich hin. Yellow Key. I need the Yellow Key. Are you fucking kidding me? So, hier brauchen wir nochmal einen Teleporter, ne? Ach, das war der? What? Ja. Genau in dem Ding still zu bleiben ist wirklich echt die dümmste Idee, die man haben kann. Kann ich hier wieder raus? Ja, kann ich. Alter, was war das denn gerade für ne Action? Ich dachte, ich bin da vorhin gerutscht. Bin ich nicht? Momentchen mal. Mal gucken, was ist denn da? Achso. Ja gut, okay. Ah komm, leck. Leck. Dankeschön. Da kommt man nur von der anderen Seite auf. Gehen wir mal zur anderen Seite hin. Rot. Kann ich mit Rot da schon hin? Ne, ne? Ja, hier ist. Ich sterbe. Boah, Alter. Fuck. Ne. Ich werde dir voll zu viel Leid beschossen. So. Machen wir also doch erstmal hier unten. Ach man, Alter. Ernst hat das? Dankeschön. So. So. Ach man, alter. Ernst hat das? Dankeschön. So. Ach man, alter. Ach man, alter. Oh naja, ich war hier noch gar nichts drinne. Loll. So geht's hier auch weiter? Ja. Da ist nämlich der gelbe Key. Ich weiß nicht mal wie wir da reinkommen. Ne, jetzt einfach mal die Fresse halten. Gehen wir nochmal in den anderen Raum. Dann haben wir hier nämlich den Speedway. Verdammt. So, jetzt haben wir hier nämlich eine schön schnelle Verbindung. So, und hier müssen wir rein, brauchen wir erstmal den gelben Schlüssel. Jetzt weiß ich nur nicht mehr wie wir zum gelben Schlüssel kamen. Jaiba. War das hier irgendwie? Also jetzt, ich kenne jetzt mal ein Backpack. Geil. Jetzt bloß ein bisschen Plasma. Auch nicht so. Dass man sagen könnte, okay, hat uns jetzt voll was geholfen. Ach, hier. Aber hier war doch der blaue Key, oder? Hä, hier war gar kein Key. Doch, da war der blaue Key. So. Der blaue Key hat uns noch mal was gebracht. Gehst du aber auf der anderen Seite auch noch ein bisschen Munition? Okay. War gar nicht mehr. Gut. Ähm, nein, wirklich. Ich wollte da hinten hin. Weil da... Oh Gott, jetzt ernsthaft? Da hinten ist nämlich auch noch was. Ah, hier kann man zum gelben Key. Okay. Thanks. So. Hier ist für mich jetzt gefährlich. Hier geht's für mich, glaube ich, in Cyberdemon oder sowas. Ich hab keine Ahnung. Aber den konnte man schön schnell verarschen, indem man nämlich in dem Raum nicht schießt oder ähnliches. Hä? Ha. Klar. Jetzt hab ich natürlich doch geschossen. Ich bin ja auch echt ein Vollidiot der dritten Generation. So. Hier hab ich alles. Ja, hab ich. Ah, komm mal her. So, jetzt hab ich alles, was ich hier brauchen kann. Und jetzt kann ich hier nämlich wieder raus. Und schon, tadaaa. Geschafft. So, jetzt kann ich nämlich komplett raus. Sieht ihr jetzt weg? So, jetzt kann ich den Rift landen. Nein, von Klick nicht. Aber ich kann halt... Ja komm. Wow. Das war die falsche Waffe. Ich wollte die hier. Dankeschön. Oh. 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 Das Problem ist, ich kann den roten Typen von der Hände nicht abschießen. Weil alles, was effektiv gegen ihn wäre... Was? Würde ich zu lange gebrauchen. So, wow. So, ich wollte mal hier ein bisschen aufräumen. Hier hast du einen Shotgun, da machen wir nämlich alle ein bisschen Angst. Da kommst du da näher. Ich sterbe. Schon wieder. Gut, ich gehe mal doch wieder runter. Okay, erledigt. Hier hinten ist kein Imp, oder? Sehr schön. Okay. Das sieht doch schon gar nicht mehr so schlecht aus. So, jetzt muss ich zur anderen Seite. Ähm. Was? So. Thanks. Was war hier jetzt nochmal drinne? Hier waren glaube ich Lost Souls oder so'n Scheiß drinne. Ach ne, auch nochmal so'n Bruder. Okay. Tschüss. Sorry, aber du interessiert sich halt einfach mal gar nicht. So, damit können wir jetzt quasi erst die, äh, direkt die Bank verlassen. Wir haben kaum, kommen noch Munition? Ich hab doch grad gar nicht gedrückt. Egal, lassen wir so. Schemmer muss man nicht halt da nicht drücken, um... Hä? Wir sind ja schon in der letzten Map. Momentchen mal. Haben wir gerade... Ach! Die Map, wo wir so verkackt haben, war schon die vorvorletzte Map. Ich dachte, das war E5. Also, äh... E4, M5. So. Aber das war schon M6. Lol. Ja gut, dann haben wir jetzt schon die letzte Map. Haha. Schau'n wir mal genau an. Okay. Dann, ähm... Ah, es ist doch ganz gut. Unsere scharfe Munition haben wir nämlich komplett aufgebraucht. Also, ganz schön aufgebraucht. Wir hatten noch 100 oder so, aber... Es geht halt doch besser. So. Oh, komm. Alle weg, alle weg. Nee, dahinten ist einer. Oh, alter, schütt nochmal bitte. Da ist noch einer. Goddammit! Wie viele! So. Ja, das ist auch eine sehr schöne Map. Ist allerdings ein bisschen, ein bisschen... Also, ist schon schwer, aber trotzdem schön. So. Und hier haben wir jetzt Leute, die Spaß machen. Ich weiß nicht, ob ich die... Ach ja, wir brauchen jetzt mal Keys. Ich schon wieder. Ähm... Ähm... Wer... Wer triebt uns denn hier andauernd? Ach, den... Wer ist noch ein Head-Warner? 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 So. Voller nehmen. Nee, den erreichen wir wahrscheinlich nicht. Ja, guck, das ist auch schon wieder Head-Warner-Kenne. Geht auch. ok wir müssen erst mal den erledigen so können wir jetzt hier lang gehen so ok aber ich habe schon mal ruhe hinten gibt es ordentlich munition ich weiß nicht selbstverständlich über den winkel ja man kann das nicht nur so lang ich habe es immer hier über die mitte probiert ok das geht so leider nicht man kann hier manchmal runter machen und so kann man das auch ran ist wahrscheinlich auch die bessere möglichkeit da kann man nämlich gezielt bestimmte sachen nehmen aber das zb brauchen wir nicht doch roma derzeit eigentlich kommt ich heute noch mit mir ich auch ich sowieso noch mehr raketen im forum liegen da hinten sind noch raketen ist ja wie geweihnachten und geburtstag gleichzeitig so wir sollten alles haben soweit gucken ist noch irgendwas rockets oder so nö gut alles andere brauchen wir erstmal nicht dann können wir jetzt hier wir kommen hier glaube ich noch mal hin da bin ich mir jetzt nicht so sicher aber glaube ja nein uah ich war zu langsam fuck na komm schieß doch mal boah lou wie viel reich braucht der denn ne 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 hä ging es hier nicht auf da war doch ein secret center ach ne stopp falscher raum hier war ein secret center aha krach und da war dann auch schon die gelbe karte was auch immer uns das jetzt gebracht hat hier unsichtbarkeit wir müssen zu nem teleporter der hier uah warum sind hä der war hier vorne momentchen mal leh es war komplett falsch gerade ja eben hier ist doch gar lol hier ist auch fast dahinter wieder was ist zugelernt sobald hier sind normalerweise welche hinter ja nein nicht unterfall ja 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 da warum triffst du mich du arsch ich bin doch unsichtbar für dich du bist kaputt da so können wir jetzt wieder hier rein achso wow ich weiß nicht ob die roten kiel hätte schon viel früher holen können ja das war richtig dumm ähm man schießt doch direkt aus der aus der nähe da komm mal da komm mal da komm mal der knopf hebt die ding hier hoch sehr schön und der andere knopf hebt die treppe perfekt so das heißt wir haben jetzt alles was wir brauchen da komm mal da komm mal alter jung nee TIME danke what the fuck is going on here Okay sagte das of souls kümmern das stück doch mal bitte alter schwere ein verbruch an raketen hier nein das war ja der war die letzte war verschwendung die war jetzt ultra dumm jetzt kommen doch mal bitte danke danke goddammit geht doch es ist so leicht so nein nein ok dann ist kein los so jetzt wird ziemlich spaßig ok das hätten wir halt da müsste rein denn wenn ihr praktisch die welt das war sie mit episode 4 aber ich würde gerne hier noch ein bisschen sachen mitnehmen das heißt jetzt kann man eigentlich die welt verlassen wow die können überlaufen ist ja klar so tada beendet aber das wollen wir natürlich ja komm ich hab jetzt hier ja schöne animation hier bla 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 das wollen wir nicht sondern wir wollen ja dann ab morgen ab morgen in die fünfte staffel in die neue staffel doomsigil yay hardcore haben wir soweit alles komm ich geh nochmal raus und suchen wir nochmal ein bisschen musik so wenn er hier für alles so lange braucht sterbe ich auch so mal gucken was hier digga hi fucking academy so so wir kamen also nicht nochmal hier hin automatisch aber gut dankeschön mehr gibt es hier nicht ok raketen gibt es hier keine mehr schade eigentlich na komm hier gab es auch nichts ne waa wo kommst du denn her und vor allem gegen sie gleich zwei oh ja ich sag das auch noch einer hä haben die sich hier rum teleportiert oder was oh 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 nochmal kreisverkehr gut hier sind nur noch raketen ok komm reicht jetzt so das heißt wir haben alles gesiegt Change Map Episode 5 Map 1 und damit ist das die richtige Waffe dafür ok tadaaa bomben sind wir wieder in unserer allseits bekannten doomsigil map pack drinne aber diesmal nicht mit brutal doom sondern tatsächlich komplett vanilla yeah hardcore das wird ein fest aber nicht mehr heute tja ähm genau gut da würde ich mal sorgen das war es jetzt damit und dann sehen wir uns in der party ab morgen dann zu ja doom eternal nein quatsch doom sigil okay ok schauen wir vor ok ok du das